Einschlafhypnose mit Steigerung des Selbstwertgefühls Diese Hypnose hat keine Ausleitung und kann direkt zum Einschlafen genutzt werden. Sie darf nicht benutzt werden zum Autofahren, beim Betätigen von Maschinen und Geräten, wenn Du jemand anders oder Dich selbst gefährden würdest, sondern nur, wenn Du Dich zur Nachtruhe begibst. Schön, dass Du Dir diese Einschlafhypnose anhörst. Mein Name ist Ralf-Rüdiger Kornelz von der Homepage omni-hypnose.de Ich freue mich, wenn wir gemeinsam den Weg zu Deinem Einschlafen mental beschreiten. Durch Deinen Schlaf gewinnst Du Deine Ruhe und kannst an Deinem Ort Deine Kraft auftanken. Wir gehen gemeinsam durch Deine persönliche Trance zu Deiner eigenen Hypnose. Das machen wir mit Schnellhypnoseeinleitungen, die effektiv und direkt wirken. Wenn ich zu Dir sage, stelle Dir vor, dann stellst Du es Dir ganz einfach vor. Wenn ich sage, tue doch mal so als ob, dann tust Du ganz einfach so als ob. Durch diese kinderleichten Vorstellungen gelingt es Dir ganz einfach, in Deine eigene Trance zu kommen. Ich begleite Dich bei den ersten Schritten, die Du später ganz leicht erkunden kannst. Lege Dich jetzt zur Nachtruhe auf Dein Bett und schließe, falls noch nicht geschehen, Deine Augen. Bestätige Dir in Gedanken, dass Du einschlafen und Deinen Selbstwert steigern möchtest. Diese Bestätigung war der erste Schritt zur Selbsthypnose. Du atmest ganz in Ruhe, tief ein und aus. Ganz in Ruhe, langsam, tief, ein und aus. Du stellst Dir vor, dass Du ein Mensch bist, der seine Augen ganz fest schließen kann. Und Du spürst, wie tief und fest Deine Augenlider geschlossen sind. Du spürst, wie sie immer schwerer und schwerer werden. Und wie Du Dich immer wohler und wohler fühlst. Je schwerer Deine Augenlider werden, desto wohler fühlst Du Dich. Und je wohler Du Dich fühlst, desto schwerer werden Deine Augenlider. Du spürst diese Kraft, die Deine Augenlider schließt. Du atmest weiter, ruhig und tief. Auf, ein und aus. Und aus. Du spürst diese herrliche Ruhe, die Dich umhüllt. Du spürst, wie Du immer ruhiger und ruhiger wirst. Mit jedem Atemzug gehst Du tiefer und tiefer. Ruhig, angenehm, wohlig umhüllt von einer ruhigen Hülle, die Dich umgibt wie ein angenehmer Kokon. Du fühlst Dich wohl. In Dir ist alles in Ordnung. Du kümmerst Dich nicht ums Außen. Du bist bei Dir. Ich ziehe jetzt von 3 auf 1. Und bei 1 gehst Du mit Deiner wunderbaren Ruhe Deine Augenlider durch den ganzen Körper hinunter bis in die Füße, bis in die Zehen, bis in Deine Zehenspitzen. Es ist ein herrliches, ruhiges Gefühl, wie sich diese Ruhe durch Deine Brust, durch Deine Hüfte, durch Deine Beine immer weiter fortpflanzt hinunter bis in die Zehen, bis in die Zehenspitzen. Dann nimmst Du diese Ruhe wieder auf und lässt sie wieder zurückströmen in Deinen Kopf. 5, 3, 2, 1 und los. Da wir uns mit jeder Wiederholung immer besser und wohler fühlen, machen wir das Gleiche nochmal. Wir nehmen unsere Ruhe der immer fester geschlossenen Augenlider, atmen tief ein und aus. und lassen sie bei 1 wieder durch den ganzen Körper bis zu unseren Füßen, bis zu unseren Zehen, bis zu unseren Zehenspitzen strömen. Dann lassen wir mit dieser Ruhe wieder zurück in unseren Kopf fließen. 3, 2, 1 und los. Jetzt spüren wir unsere tiefe, innere Ruhe. Und ich zähle ein weiteres Mal von 3 auf 1. Dann öffnen wir die Augen für einen kurzen Moment und schließen sie wieder. Wir gehen danach noch eine Ebenen tiefer. 3, 2, 1 und los. Augen auf und Augen wieder zu. Wir gehen tiefer und tiefer. 3, 2, 1 und Augen auf und Augen wieder zu. Und gehen tiefer und tiefer. 3, 2, 1 und Augen wieder auf und wir schließen sie wieder und spüren die herrliche Ruhe und unsere tiefe Freude. 3, 2, 1 und wieder die Augen auf. Ein kleinen Moment und Augen wieder zu. Ich zähle jetzt von 10 rückwärts bis 1 und mit jeder Zahl gehst du eine Stufe tiefer, wirst du doppelt so entspannt wie vorher. Du spürst, wie du immer ruhiger und ruhiger wirst. 10, tiefer und tiefer. 9, weiter und weiter. 8, herrlich. Und ruhig. Sieben. Je tiefer du gehst, desto wohler fühlst du dich. Sechs. Und je wohler du dich fühlst, desto tiefer gehst du. Fünf. Die ganze Kraft liegt in dir. Vier. Das Außen ist unwichtig. Das einzig Wichtige und Entscheidende ist dein Inneres, dein Herz. Drei. Drei. Dein Unterbewusstsein öffnet sich. Zwei. Du empfindest mit allen deinen Sinnen. Eins. Und du kommst auf deine erste Ebene der Entspannung. Und von dieser Ebene der Entspannung siehst du auf die nächsten Stufen, die zur nächsten Ebene führen. In deinem Tempo gehst du los. Ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Ganz bei dir. Und du kommst mit allen anderen, die zur nächsten Ebene der Entspannung. Und du kommst mit allen resellen. Fünf. Fühlst dich wohl. Vier. Immer tiefer. Drei. Und tiefer. Zwei. Eins. Gleich bist du da. Null. Deine Ebene hast du erreicht. Und du spürst, wie diese Ebene dir alles gibt, was du brauchst. Du siehst das Gras, das um dich herum wächst. Du spürst es an deinen Beinen. Du kannst dich leicht hinunterbücken und mit den Händen drüber streichen. Fantastisch. Die Sonne scheint. Ist genau die richtige Temperatur. Du fühlst dich wohl. Fantastisch. Ein leichter Wind weht. Ist in deinen Haaren und deiner Kleidung zu spüren. Du atmest ein und riechst und riechst die Blumen, die um dich herum blühen. Oder das, was dir am besten gefällt. Du riechst nach den Vögeln, die um dich herum singen. Du fühlst dich wohl. Und du schaust, dass da eine Bank steht. Eine weiße Bank gegenüber von einer alten Eiche. Die Eiche steht an einem kleinen Bach, der an ihr vorbeiströmt. Und du gehst hin zu dieser Bank. Weiter zu der Eiche. Und legst deine Hände in diese tiefen, eingegerbte Rinde. Du spürst die Kraft, die aus dieser Rinde strömt. In deine Finger. In deine Arme. In deinen ganzen Körper. Und du fühlst dich immer wohler und wohler. Und du spürst die Kraft, die der Baum aus dem Bach saugt. Das frische Wasser. Das herrlich frische Wasser, das er zu sich nimmt. Du lässt von der Rinde ab. Und greifst nach dem Wasser. Bückst dich. Und du lässt deine Hände hineingleiten. Dieses kühle, frische Nass. Du formst eine Schale mit deinen Händen. Und bringst Wasser zu deinem Gesicht. Zu deinem Mund. Du benetzt deine Gesichtshaut mit diesem Wasser. Und du fühlst dich frisch. Und frei. Und atmest tief. Ein und aus. Du fühlst dich wohl. Es ist frisch. Es ist klar. Es ist herrlich. Du nimmst nochmal etwas Wasser. Diesmal trinkst du ein wenig davon. Und du spürst diese klare, diese frische Freude, die in dich rein strömt. Du spürst, wie du mit dieser Frische dich immer wohler und wohler fühlst. Und wenn du dieses klare, reine Wasser des Bachlaufs siehst, dann spürst du, welche Hilfe es dir geben kann. Du hast, wie jeder andere auch, deine stressigen Momente und negativen Gedanken. Deine Hoffnung oder Befürchtung. Ja, deine Liebe und deine Angst. Und du empfindest sie als Teil von dir. Und erkennst dabei nicht, wie viele deiner Gedanken und Empfindungen von außen gesteuert werden. Denn die stetige Wiederholung ist auch ein Triggern von Momenten, die durch ihre ständige Wiederholung immer mehr als wahr eingestuft werden. Doch diese ständige Wiederholung liegt im Außen. Und ich weiß, wie schwierig es ist, dennoch in dein Inneres zu gehen und dort die wahre Wahrheit zu sehen. Und diese Wahrheit ist ganz einfach. Sie ist kurz und knapp. Du kannst sie voller Ruhe und Zuversicht empfinden. Atme tief ein. Und aus. Spüre die frische Luft, die du zu dir nimmst und lass die verbrauchte Energie aus deinem Körper strömen. Wenn du nun an deine negativen und stressigen Gedanken denkst und spürst, wie du dabei sofort enger und verschränkter, ja verschlossener wirst, so packe sie einfach in eine Holzkiste, die vor dir steht. Die Größe liegt ganz bei dir. Denn wenn es mehr negative und stressige Empfindungen sind, dann nimm eine größere. Es liegt eben ganz bei dir. Und in diese Holzkiste packst du deine Gedanken und Empfindungen. Den ganzen Stress, die Anspannung und was auch immer hinein. Die ganzen negativen Gedanken. Und du schließt sie. Dann überlegst du noch einmal. Und wenn wieder etwas Negatives auftaucht, so packst du es noch mit hinein. So lange, bis du nichts mehr in dir selbst findest. Spürst du, wie du frei atmen kannst. Ja, zumindest freier. Dann nimmst du diese Holzkiste und schiebst sie in das klare, in das reine Wasser. Und du siehst, wie das Wasser sie umschlingt und mit sich zieht, mit der Strömung. Der Corton schwimmt mit und wird immer kleiner und kleiner. Kleiner und kleiner. Er ist kaum noch zu sehen, bis er verschwindet. Und mit ihm deine belastenden Gedanken. Atme weiterhin tief und ruhig ein und aus. Und spüre die Energie, die du zu dir nimmst. Und spüre, wie du diese verbrauchte Energie wieder ausstößt. Und spüre die Musik. Spüre die Schwingung. Deine geistigen Schwingungen. Und sei ganz bei dir. In deiner Ruhe. In deiner Schwingung. In deiner Trance. In deiner Hypnose. Alles Gute für diese wunderschöne Nacht. Alles Gute für diese wunderschöne Ruhe. Schön, ruhig, beschaulich, angenehm, herrlich. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020